Das kann doch nicht richtig sein. Eine Wasserbahn ohne Operator kann... Das kann nicht richtig sein. Alter! Boah, oh, oh! Okay, okay. Wir sind auf jeden Fall aufgrund gelaufen. Das ist schon mal gut. Oh Gott! Das klingt auch einfach überhaupt nicht gesund. Oh Gott, Markus! Was ist das denn für ein Wasserfahren? Alter, du bleibst einfach quasi stehen. Was ist das denn? Oh Gott! Oh Gott, das kann nicht richtig sein. Oh Gott! Was ist das denn? Oh Gott! Ich hab das Gefühl, dass wir die ganze Zeit irgendwie kippen können. Ja, ich hab auch das Gefühl, wir kippen da hier um. Hier war jetzt auch mehr Wasser drin. Oh Gott! Ich hab nichts gehört. Ich hab nichts verstanden. Ich glaub, der hat das auch nicht gemeint. Alter! Alter, der Typ, der da reingegangen ist. Ja. Wie heißt das von Hege, die Ding? Nautic Jet. Ja. Was ist das, was ich mich noch mal über das hat? Ja. Ja. Dann ging das, was ich noch mal hin.